Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der RE-MAX News und wir starten gleich los mit dem ersten Thema. Die Corona-Krise wird zu einer spürbaren Entspannung am Immobilienmarkt beitragen. Das zeigt eine Online-Umfrage unter den österreichweit 560 RE-MAX Immobilienmaklerinnen und Maklern. Bei den Eigentumswohnungen gingen die Verkäufe im vergangenen Jahr erstmals nach fünf Rekordjahren leicht zurück, obwohl der Gesamtwert der verkauften Wohnungen in Summe noch einmal Anstieg. Laut dem RE-MAX Immospiegel wurden im letzten Jahr 49.832 Wohnungen verbüchert. Das sind um minus 0,8 Prozent weniger als im Jahr 2018. Der Verkaufswert der gehandelten Wohnungen stieg dabei jedoch um 711 Millionen auf knapp 12 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 6,5 Prozent. Die Preisdynamik der vergangenen Jahre wird sich laut den Experten in den kommenden Monaten aufgrund von Corona deutlich einbremsen. Die Erwartungshaltung bei RE-MAX für die Eigentumswohnungspreise in Österreich lautet Zentrumslagen minus 2,1 Prozent, Stadtrandlagen minus 2,8 Prozent und Landgemeinden minus 3,7 Prozent. Der Wohnungsmarkt wird sich also auf hohem Niveau etwas einbremsen. Auch der Markt für Einfamilienhäuser hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Im Jahr 2019 sind die Verkäufe von Häusern im Vergleich zum absoluten Rekordjahr 2018 zurückgegangen. Die Verkaufszahlen vom letzten Jahr liegen aber noch immer weit über den Zahlen von 2017 und 2016. Der Einfamilienhäusermarkt ist im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 um minus 6 Prozent abgeflaut. Die Anzahl der Verkäufe liegt aber noch immer knapp 9 Prozent über dem Jahr 2017 und fast 3 Prozent über 2016. Den Käufern waren in Summe die Einfamilienhäuser in Österreich 3,46 Milliarden Euro wert. Das sind um 170 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Der durchschnittliche Einfamilienhauskaufpreis lag 2019 bei 251.870 Euro. Das entspricht in den letzten fünf Jahren einer Steigerung von plus 31,6 Prozent und im Zehnjahresvergleich einer Preissteigerung von 59 Prozent. Aufgrund der Corona-Pandemie werden aus heutiger Sicht die Preise in Österreich je nach Region über die nächsten zwölf Monate stabil bleiben bzw. moderat nachgeben. Die Erwartungen liegen bei minus 2,3 Prozent. Die Zeichen stehen trotz der herausfordernden Zeiten also ganz passabel für die Immobilienpreise. Wie man in den letzten zwei Monaten aber gesehen hat, bedeutet die professionelle Vermittlung von Immobilien viel mehr als zum Beispiel bloß eine Anzeige im Internet zu schalten. Da kann man von Glück sprechen, wenn man auf die Expertise eines Profis zurückgreifen kann. Besonders jetzt konnten viele Kunden erleben, wie hilfreich die professionelle Vermittlung ihrer Immobilie durch einen Immobilienmakler ist. Neben Video- und Telefonberatung kann bei der Vermarktung der Immobilie auf einen Experten auf ein breites Know-how zurückgegriffen werden. Die profunde Marktwertermittlung ist besonders in der aktuellen Situation ein wesentlicher Schlüsselfaktor beim Verkauf. Aber auch die vielen digitalen Möglichkeiten bleiben einem Privatverkäufer verwehrt. Zum Beispiel 360-Grad-Online-Touren bzw. Video-Besichtigungen oder Drohnenaufnahmen zur optimalen Präsentation der Immobilie. Eine Neuheit auf dem Immobilienmarkt in Österreich ist die Online-Preisfindung über DAVE, das digitale Angebotsverfahren. Und das gibt es exklusiv nur bei RE-MAX. Das war sie, die aktuelle und neue Ausgabe der RE-MAX News. Schön, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.